Heute werden wir der größte Würfel im ganzen Spiel. Wir werden nämlich probieren, den Server-Rekord zu brechen. Um das zu schaffen, brauche ich eure Hilfe. Guckt am besten bis zum Ende und los geht's. Ey, Kaspar, was machst du da? Was geht? Guck mal, ich bin ein großer Block. Ey, ihr könntest doch nicht sogar gegenseitig essen, ne? Dinger, du hast mich gegessen. Ich bin doch sogar weg von dir gegangen. Du hast mich gerade aufgefuttert. Du bist in mich ja reingegangen. Glaub mir, das wird... Ich werde mich rechnen. Ich werde mich bei dir rechnen, Alter. Warum gehst du da auch in mich reiben? Ich werde mich bei dir rechnen. Ich esse dich komplett auf heute. Und ich habe jetzt auch Hilfe, weil jetzt auch gerade Geld. Und mit dem Geld... Wo bist du? ...können wir uns entscheiden. Im Shop... Oh, da jagt dich einer. Da jagt dich einer. Ich soll abhauen, Alter. Ähm, was können wir uns im Shop kaufen? Wir können uns, glaube ich, erst mal andere Skins kaufen. Das heißt, äh... Ich glaube, für 900... Stimmt. Ich könnte jetzt ein Gelb geknackt. Ich komme jetzt mal... Ich werde jetzt ein Skin. Ich bin jetzt Gelb. Ha! Gelb geknackt. Ich sehe es hier gerade. Okay. Der eine verfolgt mich. Der schneidet mir, glaube ich, den Weg ab oder so. Ich will diesen Blattskin haben. Der sieht krass aus. Okay, warte mal. Weg mit dem. Ey, die soll mal abbauen jetzt. Wenn die mich jetzt holen, dann bin ich direkt sauer. Dann bist du wieder auf Null, ne? Aber ich frage mich gerade, was sind die Loop-Zonen? Wir können sogar Teams machen, sehe ich gerade. Lass ein Team machen. Lass ein Team machen. Okay, warte mal. Der will mich wirklich holen. Nee, warte mal. Warte mal. Wir müssen... Lass beide... Wir lassen beide in Team Gelb. Team Gelb. Ich kaufe mir gleich 1000 Größe, dann hole ich mir den. Ist mir egal. Alter, was machst du? Der haut nicht ab. Der hat mich gleich, Kasper. Der schneidet mir den Weg ab. Jetzt kommt hier so ein anderer. 2600. Ich fahre... Warte, was ist denn eine Loop-Zone? Du denkst, eine Loop-Zone ist da, wo man... Ich trick's den voll aus, Digga. Der ist richtig schlecht, Bro. Bist du da? Bist du da mit 500? Ja, ja. 560. Digga, ich hab den so ausgetrickst. Hier ist jemand mit 530. Oh, was für Lige. Der ist so ein Abbau. Der ist so da hinter mir jetzt gerade. Ey, der hat Boost. Der hat den Boost bekommen gerade? Hä? Oh mein Gott. Ich schnapp mir den. Ich schnapp mir den. Kann man irgendwie rufen? Ich schnapp mir den 600er. Ich schnapp mir den. Ich ess den jetzt. Komm her. Daniel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist einer. Komm ran, ihr Kollege. Oh mein Gott, ich bin direkt hinter ihm. Der andere... Der hat mich gleich. Der hat mich gleich, Digga. Ich frage mich halt im Shop. Kann man sich schnellere Geschwindigkeit kaufen? Ah, dafür muss er aber rejoin. Hier kriegt er mich nicht. Oh Gott. Jetzt wird der schon... Jetzt, der wird der Digga aufgefuttert. Ja. Ey, ich bin so da hinter dem einen. Ja, der wird selber... Ja, der wird aufgefuttert, Alter. Ich werd gejagt. Digga, der ist 13.000. Ich werd gejagt. Ich hab den der einen fast jetzt. Komm schon. Ich seh dich. Ich seh dich da hinten. Aber der eine hat mich auch fast. Der ist schneller oder sowas. Nein. Wenn der jetzt gleich in 700er holt, dann ist er größer als ich. Der hat dich gleich. Ja. Der hat dich gleich. Ich hab ihn, oder? Ja. Komm schon. Oh mein Gott. Los. Oh mein Gott. Ich muss den neuen Hörter holen. Er darf. Er will. Oh mein Gott. Mein Gott, der hat sich auf 9 fokussiert. Ja. Nein. Ja, ich kann durch. Nein. Der 13.000er kommt. Ja. Jetzt hol ich mir hier ein. Ja. Kommt der hier, ihr beiden. Nein. Ihr Lüppel. Nein. So 200er größer. Nein, ich werd gedingelt. Ich werd gesandwiched. Ich werd gesandwiched, Kaspar. Ich muss in diese Loopzone, glaube ich. Bro, der ist schon. Nein. Du wurdest aufgeessen, oder? Nein, nein. Ich werd in die Loopzone gerade rein. Ich glaub, hier kann ich chillen, oder? Ich brauch Hilfe jetzt. Ich glaub, da passt die nicht rein oder so. Oh nein. Nein. Oh, ich werd gesandwiched. Ich hab mich selber gesandwiched. Nein. Ich werd gesandwiched. Nein, mich holt der, oder? Sag jetzt nicht, die Loopzone ist... Na. Bro, die kriegen von... Ach, ey, Mann, ey. Hab ich geholt. Ja. Abgelassen von mir. Jetzt bin ich wieder ganz klein. Ich bin wieder Größe 5. Aber, ich geh jetzt mit neun Sachen rein. Und zwar, man kann sich hier so ein paar Sachen kaufen. Und zwar kann man sich mal zwei Block-Multiplikate kaufen. Ich heiße, ich höre jetzt hier schon mal die erste Sache, um die Leute jetzt gleich zu besiegen. Oh mein Gott, Digga. Katze und Maus. Bist du? Nein. Oder bist du? Nein. Guck mich doch an. Die holen mich. Nein. Oh, ich hasse den, den Blöden. Das ist ein ganz blöder Typ. Okay, warte mal. Wir müssen in ein Team gehen. Lass mal ins Team Rot, oder? Team Rot. Okay, los geht's. Ich bin, glaub ich... Oder ich kann's nicht auswählen. Kann ich sie auswählen? Aber diese Loopzone, die bringt gar nichts. Das ist einfach nur eine Handicap-Zone. Schau das? Ja. Nicht. Hey, nicht auf mich. Unfair, nicht auf die Kleinen. Ich weiß, ich weiß. Okay, wir können sogar neue... Man kann sich sogar neue Titel holen, ne? Noob. Ja. Aber für 500 Münzen. Aber irgendwas müssen wir mit dem Geld machen. Das heißt, im Shop können wir... Ich sehe gerade Spuren kaufen. RGB-Namen. Oh Gott, pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf, der jagt dich. Ah! Pass auf, lauf weg, lauf weg von dem. Der ist schneller sogar. Hau ab! Äh, warte mal. Noob. Gut. Warte mal, mir reicht's jetzt. Okay, pass auf. Ich werde den jetzt... Ich werde den jetzt so auseinandernehmen. Guck genau hin, was ich jetzt mache, Kaspar. Guck genau hin. Ja! Danke, Eurelons, Bingo. Alter, was? Hast du gesehen? Ich habe mir gerade 1000 Größe gekauft, als er hinter mir war. LOL! Und so bin ich größer geworden. Weil 1000 Größe ist gar nicht so teuer. Nur 80 Robux. Alter, der eine hat Größe 30... Er hat 30.000, ne? Digga, der wird sich so ärgern, wenn der drauf geht. Ey, wenn der jetzt auf mich das erfolgt, ich werde alle töten. Ist mir egal. Wenn der mich jetzt gleich erfolgt. Ich glaube, der will auf dich. Nee, 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 ich weiß noch nicht genau. Nee, 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 ich weiß noch nicht genau. Nee, 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 er geht auf den anderen. Er geht auf den anderen, da hinten 11.000. Oh, nee, er hat sich geändert, er hat sich geändert. Fokussiert auf mich. Es ist mir egal. Alle töten. Oh mein Gott. Bitly Bob. Oh mein Gott. Bitly Bob. Oh mein Gott. So. Lol, du bist der Einzige, der das überlebt hat. Lol. Jetzt schnell die ganzen kleinen Auffressen, schnell. Sonst werden die groß. Nein, nein, die werden nicht groß. Das werden die niemals schaffen. Die haben ja gar keine Chance. Jetzt hol ich mir erstmal neue Skins jetzt hier, ne? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Geld. Ich habe mir nämlich schon so einen Blattskin geholt hier. Alter, ich kann mir sogar so einen Regenbogen-Skin gleich holen. Der sieht ja richtig cool aus. Ist der größer als ich? Der ist kleiner als ich. Den hole ich mir. Oh, diddly Bob. Und? Diddly Billibob. Ey, ich schnapp mir, ich schnapp jetzt hier so einen kleinen. Aufgefuttert. Komm her, kleiner Mann. Komm. Oh Gott, das ist jemand schon größer? Er ist da an der Ecke. Hast du das? Äh, das bin ich glaube, das, nee. Nee, stimmt, du hast recht. Den hole ich mir, den hole ich mir. Lass mir den. Alter, da sind... Wo hast du den? Den hole ich mir. 400. Den hole ich mir. Hier drüben bin ich. Hier drüben, das grüne Blatt bin ich. Ohne hier. Kasper, der ist größer als du. Ich weiß, der frisst mich auf sonst. Kasper, der ist größer als du. Ich weiß, ich muss abbrauchen. Jetzt. Ich zieh durch. Jetzt. Ja. Jetzt hast du ihn, oder? Alter, ich hab mich noch berührt. Warte, ich glaube, ich bin größer als er. Ich bin größer als er. Jetzt hole ich ihn mir. Ja. Warte. Warte. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du gehst direkt weg. Du hast fast geholt. Du hast fast geholt. Danke, danke, danke. Boah, Alter. Ach, boah, wie ich jetzt aussehe, warte. Und zwar. Ja. Ja. Wow. Cool. Oh mein Gott, ich bin der absolute Regenbogen. Was ist eigentlich der große Block in der Mitte? Was bringt der? Wir müssen, weiß ich auch nicht, wir müssen jetzt die anderen holen, nicht, dass die zu groß werden. Kommt her. Den schnapp ich mir hier schon, den kleinen, die kleine Wurst hier. Kommt her. Ja, ich muss auch gleich den, den, den Dingern. Ich hab Hunger auf dich. Guck mal, ich bin ein Noob. Der hat ja gar keine Chance. Ey, die werden jetzt so geholt, ne? Und? Der wird jetzt hier so geholt. So geholt. Bro, die haben ja keine Chance. Ich hab hier die absolute Monopolstellung. Ey, da ist einer mit 600, den müssen wir holen. Den müssen wir holen. Der ist direkt vor mir. Ach, den, okay. Sehr gut. Ich hol mir den anderen. Der ist doch gerade am stehen bleiben. Nee, der kauft jetzt irgendwas. Der lädt gerade Robux auf oder so. Oh, ich könnt mir das gut vorstellen, dass der das macht, ne? Ey, der hatte 30.000 Größe, ne? Das war voll viel. Entweder geht der links oder rechts. Guck mal. Diddlibob. Du kannst den Server verlassen. Bam. Aufgefuttert. Ja. Ich hab noch einen geholt, jetzt. Oh, da hinten mit 700. 800 jetzt. Den hol ich mir auch. Oh, der hat 800 schon, ne? Ja, der denkt auch, der kann da irgendwas Geheimes machen, Alter. Nicht nur uns. Er, hol den rechts von dir, ne? Hol den rechts von dir. Mach ich. Ich bin schon auf dem Weg gerade da hin. Ich hol mir den, ich hol mir den Türkisen hier vor, ne? Er so, please, Team. Wir jetzt gerade den Skindle, bitte teamen. Digger, die haben gar keine Chance, alle, ne? Die haben alle... Huh? Das ist doch ein großer Block über mir jetzt, den hier, ne? Ja, der ist die ganze Zeit in der Mitte. Ich weiß auch nicht, was er bringt. Was soll ich mal abhauen, Alter? Oh, der wird jetzt draufgehen, der Arme. Der arme Daniel. Alter, ich hol mir den hier auf VG-Player. Ich bin der Wunscherleis. Oh, jetzt. Das wird nicht gut für ihn ausgehen. Der hat keine Chance gegen mich, Alter. Das wird gar nicht, das wird gar nicht gut für ihn ausgehen, ne? Das wird ein Festmahl. Das wird ein Festmahl für mich. Ja. Komm her, ich hab ihn gegessen. Ich hab ihn gegessen. Und? Oh. Hä? Was machst du da? Ich kann ihn nicht essen. Das war das Ding deinem Weg. Ach so, ach so. Blindfisch. Ja, nicht gesehen, nicht gesehen. Dann schnapp ich ihn mir halt so. Oh mein Gott. Und jetzt denkt der, kann er da raus? Jetzt denkst du, du kannst da raus? Ja, ich hab noch einen gegessen. Hast du dir das geholt, endlich? Ne, 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 ne. Der macht dir... Er kommt. Ha! Er passt da nicht durch. Er, guck mal, wie ich ihn jetzt esse. Guck, wie ich ihn esse. Guck. Oh, der Arme. In die Sackgasse. Und essen! Ja! Oh Mann, einfach gegessen hast du ihn. Ich werde jetzt hier den Server-Rekord bringen. Was ist der Server-Rekord? Äh, gute Frage. Was ist der Server-Rekord? Oh, ich bin direkt hinter einem. Man ist anscheinend echt ein bisschen schneller, wenn man groß ist, habe ich das Gefühl. Ja. Leicht schneller oder so. Ganz... Oh mein Gott! Ja, aufgefuttert! Klinger hat gerade einen gegessen und dadurch wurde der richtig groß. Also ich bin jetzt schon bei 20.000 fast, ne? Oh Gott. Der arme Daniel. Über die 900 da. Oder was ist, wenn man dann groß genug ist, dass ich mir den Block oben holen kann? In der Luft. Oh! Oh! Das ist wahrscheinlich der Server-Rekord, oder nicht? Der Block? Ja, das könnte gut sein. Kommt her, traut euch. Okay, komm, wir drücken die weg. Wir drücken die hier. Die können, die... Wir müssen die einschränken. Alter, der tut mir so leid, der tut mir so leid, ne? Die sind so gesandwiched jetzt. Die haben keine Chance. Die sind so gesandwiched. Die sind aber die Server-Owner hier. Guck dir das mal an, wie gesandwiched er jetzt einfach ist. Guck mal, was will er machen? Was will er machen? Der hat keine Chance. Er kann nur links oder rechts. Du musst jetzt entscheiden, wen will er füttern. Das war's. Ich würde über rechts gehen, wenn ich er wäre. Jetzt kann er aber gar nicht mal rechts gehen. Und Angriff! Wow! Wow! Wow, nicht schlecht. 24.500. Geh weg! Geh weg, Digga! Nein, nicht auf mich! Attacke, Kasper! Nein! Nein, Mann! Absoluten Server-Rekord gebrochen. 42.000. Ey, Kasper! Was geht ab, Broxel? Was geht ab? Bist du auch wieder in der Form, oder was? Wir sind als Würmer unterwegs. Guck dir das mal. Oh mein Gott! Guck mal, ich habe gerade einen Apfel gegessen. Werde ich jetzt größer? Ja, genau. Also jedes Mal, guck mal, hier sind noch Bananen und sowas. Oh, die kriege ich. Los! Ja! Ey, was? Oh, da war ein Diamant. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach ey, das kann nicht angehen. Okay, aber... Ich habe ihn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Einen Donut! Nein! Ich bin schon voll lang hier! Hör auf, mir alles weg zu essen! Was? Oh mein Gott! Aber ich bin viel länger als du gerade. Ey, weil du schon heimlich gespielt hast oder so. Ich habe das schon ein paar Mal gespielt, muss ich sagen. Was das Ding ist, es gibt hier sogar auch noch eine PvP-Arena, ne? Oh mein Gott, du denkst, du bist stärker als ich, ne? Ja, ja. Warte mal, das kenne ich noch gar nicht. Guck mal, hier vorne ist der automatische Esser. Der automatische Esser? Ja, ja, siehst du das? Oh, lass doch mal hin, oder? Also das ist anscheinend neu. Also das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Okay, das ist ja ein bisschen eigentlich zu groß, ne? Und es wird automatisch gegessen. Hm, okay, also was heißt der automatische Esser? Was kann ich mir darunter vorstellen? Oh, lol, du kannst einfach chillen und es wird die ganze Zeit gegessen. Was? Lol, was? Also das heißt, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, in die Schule geht oder sowas, kannst du dich einfach hinschillen. Und es wird die ganze Zeit gegessen. Ach, ja, moin, ja, moin. Okay, warte mal. Was kann ich mir hier kaufen? 50 Robux für... Okay. Aber guck mal, dann lass mal... Oh, hier ist die Königin. Guck mal. Die ist die größte hier gerade. Ja, warte mal, ich guck mal gerade ganz kurz. Oh, okay, jetzt habe ich wenigstens auch eine Farbe. Oh Gott, siehst die König... Ach, lol. Ja, siehst gerade die Königin, siehst gerade am längsten. Aber dann lass mal in den PvP-Bereich gehen. Ja, lass mal machen, lass mal machen. Gucken, was es da so gibt. Wie viele Diamanten hast du eigentlich gerade? Ich habe 163. Ja, weil du dir das wahrscheinlich auch für Robux gekauft hast. Ich habe einen einzigen Diamanten. Hab ich nicht. Ich spiele es seit 5 Sekunden. Du spielst wahrscheinlich schon seit 20 Jahren oder so. Nee, gar nicht wahr. Aber da ist nochmal was Neues, ich gerade. Oh, wie lange bist du jetzt schon? Welche Länge hast du? Äh, 21. Oh, ich habe gerade mal Länge 10 jetzt, ne? Ja, okay. Okay, okay. Ich gehe in PvP Arena oder was ist das hier? Mount Food. Hier ist doch Mount Food. Ey, Kaspar, wir müssen in diesen Mount Food reingehen. Mount Food? Also ich bin gerade Länge 10 und ich glaube, ich brauche für einen Rebirth, brauche ich Länge 17. Ja, brauche ich auch. Also ich muss noch ein bisschen essen und dann können wir da zusammen reingehen. Ich würde sagen, so lange wartest du noch. Kannst ja auch ein bisschen essen. Und ich sage dir, übe schon mal ein bisschen, weil ich mache dich gleich fertig. Du hast gar keine Chance. In der PvP Arena denkst du schon, was bin ich fertig oder was? Guck mal, wie ich hier auch die Kuchen weg esse vor den ganzen Leuten. Ich sage dir, am meisten bringen echt so Donuts und sowas, ne? Ja, Donuts, also genau, Donuts und Kuchen. Ungesunde Sachen, die bringen am meisten, sehe ich gerade. Ja, eigentlich nicht so cool, ne? Eigentlich nicht so cool. Eigentlich will ich lieber Äpfel lassen und Bananen und so, aber egal. Bananen bringt einfach nur sieben, ne, 14 sehe ich gerade. Und Äpfel nur sieben. Bei mir bringt das immer drei. Dann hast du irgendeinen Boost aktiviert, oder? Gar nicht, ich habe einfach nur ein bisschen größer. Ah, okay, dann bringt das mehr anscheinend. Ja, gut zu wissen. Ich bin auch schon vor lang, sehe ich gerade. Guck dir das mal an. Äh, wo bist denn du überhaupt? Alter, da hinten bist du am Rumspringen. Da bist du. Du bist eine lange Wurst, meinst du? Ey, hey, Hilfe. Der hat mich angekettet. Sag mal, das glaube ich nicht, der zieht dich ja irgendwo mit, oder was? Ja, ja, der zieht mich echt irgendwo mit. So, okay, welches Level, welche Länge hast du jetzt schon? Äh, jetzt bin ich Level 15, also noch zwei Level, dann habe ich es geschafft. Oh, sehr gut. Ja, da war ich nämlich noch nie bei einem Mount Food. Oh, das scheint auch neu zu sein, oder so, ne? Meinst du, ja, irgendwie, dass es neu ist? Also, auf jeden Fall automatisch, das habe ich noch nie gesehen. Und Mount Food ist echt nicht. Oh, ich bin echt gespannt auf die PvP-Arena, ne? Boah, ich sag dir, ich werde da so gewinnen, ne? Ach, du hast gar keine Chance. Das werde ich da gleich so fertig machen. Du hast keine Chance. Ja, jetzt haben wir den Speed-Up verschwendet. Warte mal, es gibt Speed-Ups, was bringen die denn? Oh, ich habe jetzt auch. Ja, ja. Alter. Unten rechts hat man so Dinger. Lord, stimmt, ich habe noch drei Stück davon. Hast du auch noch so viele davon? Wir haben noch zwei Stück gerade. Oh, mein Gott, ich habe es fast schon geschafft. Ich bin gleich die komplette Länge und dann kann ich re-bursten. Oh, geil. Noch zwei Sachen, noch zwei Sachen. Da hinten sehe ich schon die Weintrauben, die nehme ich. Und, ja, ich bin Level 17. Okay, ich re-burst, okay? Okay, wo bist du denn gerade? Re-burst? Und, oh, ich bin wieder ein kleiner Wurm. Ja, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte hier. Ach, da, okay. Dann lass mal in Mount Food rein. Okay, da gehen wir rein, auf den Berg rauf. Ich bekomme jetzt hier voll viel Essen schon. Ich bekomme einfach so zehn Äpfel bei einem Donut. Wie viel bekommst du denn das schon? Zehn Äpfel bei einem Donut, hä? Ja, also du bekommst immer Äpfel, die du isst, zu sagen. Weißt du, das ist eine Anzahl, steht da ja immer. Ach so. Ja, ich kriege oben. Ja, man kriegt hier jetzt mal ein bisschen mehr. Alter, das ist ja voll der krasse, wenn man auch Donut hat. Ja, ja. Wow, hier gibt es ja mega viel zu essen. Oh mein Gott, oben gibt es die besten Sachen sehe ich gerade. Burger und Kuchen und sowas. Oh mein Gott, da oben, so schnell es geht da oben, komm. Aus dem Weg. Oh mein Gott. Kuchen da oben wahrscheinlich, oder? Kuchen. Hier hoch nochmal so ein Stück. Oh, ich esse das alles gerade. Hier ist so viel, Kaspar. Einfach Happy Meal. Boah, hier ist so viel. Oh mein Gott, was ist hier alles am Essen? Ja. Oh mein Gott. Nein. Was hast du? Was liegt hier noch alles? Hä? Oh mein Gott. Hier liegt ja, oh mein Gott, drei Sachen auf einmal gerade aufgegessen. Ja, ja, hier liegt richtig, richtig viel. Ich habe ja voll viel runter. Oh, dick ist der Kuchen runtergefallen. Oh, lecker. Das ist so unnormal, wie viel hier gerade liegt, ne? Oh mein Gott, ich bin schon wieder in Stufe 11. Alter, das geht so schnell. Alter, wie krass ist die da bergend, bitte? Okay, vorsichtig. Ja, wieder so. Ich sage dir aber, umso länger du bist, umso schwieriger ist das hier auch hochzukommen, ne? Ja, ja, ich weiß. Weil du hast halt quasi immer so ein Gewicht, was hinter dir ist. Ja, auf jeden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin schon wieder fast so lang wie du, oder? Ja, aber nur fast. Ich bin richtig langstuhl. Okay, wenn du sagst, du bist fast so lang wie ich, dann lass das mal hier in die Arena reingehen. Du willst in die Arena, also? Ja, komm, trau dich doch. Du willst auch noch verlieren. Ja. Okay, ich nehme mir nochmal kurz die letzten Snacks mit. Ja, ich bin jetzt hier schon gerade auf den Weg, in die Arena. Okay, ich komm, ich komm. Der weiß-rote Wurm, Brocks. Ich habe jetzt nochmal gut Energie getankt, ne? Bin ich dir ehrlich, du? Ich würde meinen Mund nicht so voll nehmen. Ich würde meinen Mund nicht so voll nehmen, sage ich nur. Und das meinte ich auch nicht. Ja, okay. Okay, 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 komm. Wo bist du denn? Ich bin schon länger 20. Ich bin auf dem Weg. Ich bin halt überlangsam mittlerweile, weil ich halt so groß bin. Ja, ich bin genauso groß. Bist du überhaupt nicht? Bist du, welche Länge bist du, ne? Ich bin doch genauso groß. Welche Länge bist du? Was steht oben? Sag mal. Ja, 35. Oh, mir steht Länge 35. Ja. Okay, dann bist du länger. Oh, doof gelaufen, ne? Okay, sehr gut. Aber es ist gar nicht schlimm, als ich hab sie. Ja. Ich bin jetzt hier im wilden Westen, weißt du das? Oh, guck, hier steht schon Gefahr, hier steht schon Gefahr. Aber wie genau funktioniert das jetzt? Okay, da vorne ist ein König gerade. Alter, gerade noch mal 5000 Sachen hier gefühlt aufgehen. Oh Gott. Hier gibt es auf jeden Fall Premium Sachen, die man essen kann. Ja, das ist schon mal ganz schön gut. Darf ich nicht gegen den Dings kommen? Gegen den Kaktus? Oder wie ist das? Nee, du darfst nicht mit deinem Kopf gegen andere Würmer kommen. Mit deinem Kopf? Ah, okay. Genau. Das heißt, umso länger du hier bist, umso besser dann, ne? Ja, ja. Aber du musst natürlich die anderen noch ausschalten. Ja, okay, also das heißt, ich muss jetzt mal den Speed aktivieren und dann mal auf ganz entspannt. Hier, machen wir mal ganz kurz D wieder. Okay, ja. Oh, die feinten da ganz toll gerade. Uiuiui, Alter. Pass auf da bei dir. Hast du... Hä? Ich hab fast den König gerade geholt. Sag mal. Oh mein Gott. Mach ein bisschen vom Gas hier, bitte. Oh. Das Ding ist... So, Angriff. Ja. Wow. 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 Oh mein Gott, hast du viel hinterlassen. Und ich hab ihn noch reingekillt. Wow. Nein. Mich hat Samurai jetzt geholt. Aber du bleibst gleich lang. Du bleibst gleich lang. Das ist schon mal gut. Ja. Lass aber an die Arena, Digga. Komm, lass mal an die Arena. Okay, aber ich bin voll lange... Also ich bin ja mega lang. Mega lang? Ach, weil du viele Sachen von mir gegessen hast vielleicht, ne? Ja, ja. Mann, da einen Nerv. Der springt jetzt auf mir rum. Wow. Wo bist du? Ja. Oh mein Gott, gab's da gerade wieder viel. Was? Und jetzt kommt... Komm doch gegen mich. Ey, diese eine Wurm. Die kreist sich ein und... Oh, die ist über mich gesprungen. Ey, kannst du mal mit... Ich hätte eine Wurm die ganze Zeit... Oh, ich bin jetzt raus von einem Wurm. Okay. Okay, sehr schön. Oh, hier. Samurai. Samurai. An den rech ich mich jetzt. Oh, er ist schlau. Oh, ja, komm, den hab ich. Ja, den hab ich. Ja, ich hab einen gekillt. Ich hab einen gekillt. Und bam, ich hol dich auch. Und bam, oh mein Gott. Was? Ich hab einen Diamanten getroppt. Oh, oh. Ich bin Level 26 instant. Okay, pass auf. Wir müssen irgendwie diesen König da töten. Das ist unsere Mission jetzt. Okay, pass auf, was ist die Mission für heute? Der ganz lange, sagst du, ja? Ja, der lange Typ da. Okay, okay. Erstmal hier die Karte. Mit der Krone. Okay, sehr schön. Komm, kriegen wir den irgendwie... Hey, der ist doch mal jetzt berührt. Spring rüber. Du musst hoch springen. Alter. Hey. Spring hoch. Hey. Warte, ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Der ist einfach durch mich durch. Oh, oh, oh. Ah. Oh, pass auf, Alter. Guck mal, der wurmt sich so ein. Lass ihn umkreisen. Ich umkreise ihn. Aber der macht irgendwas da. Der macht gar nichts. Du bist so lange, du kannst ihn umkreisen, oder? Ja, aber der hat jetzt ein Schutzschild. Ja, aber du kannst ihn trotzdem umkreisen. Oh, ein Schutzschild. Da kommt er nicht mehr raus. Guck mal, ist der voll blöd. Egal, den gehen wir auf den anderen. Karte, dann gehen wir hier auf den schwarz... Hier, auf den hier. Den schwarz-roten hier. So. Eieieieiei. Oh, du darfst dich eigentlich berühren, ne? Eieieiei. Wie bitte? Guck mal, ist der voll... Ja! Nein! Ha! Hier. Da ist noch einer draufgegangen hier gerade. So, sehr schön. Und dich hole ich auch auf, Freundchen. Sag mal. Hey! Der war eigentlich... Der ist eigentlich draufgegangen. Wieso hat der es jetzt... Der zieht mich mit. Hey! Ja, ich habe noch eine gekillt. Sehr schön. Auf Samurai! Oh, ich habe den gekillt hier hinten. Ja! Los! Auf Samurai! Bang, 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 bang! Ich kriege den Samurai einfach nicht. Komm, den kriegen wir jetzt. Den kriegen wir jetzt. Der nervt mich hier auch schon. Der nervt mich auch richtig. Oh, der schlängelt sich wieder ein. Alter, der hat so Angst. Der weiß, ob wir stärker sind. Der weiß, ob wir stärker sind. Boah! Boah, Alter! Boah! Gehst du Stress oder was? Boah! Boah! Oh, mein Gott! Nein! Ja, so viel Essen! Was? Wie hast du mich gekriegt? Ich bin Level 44. Oh, Mann. Ich bin Level 27. Boah! Ja! Komm schon, blöder Samurai! Oh, den Samurai! Oh, Polin! Polin! Der ist nicht rübergesprungen irgendwie. Weil das ein Pro ist, weil das ein Pro ist, aber nicht mit uns! Nicht mit uns! Ey, der ist doch in meinem Wurm drin! So, pass auf. Du lenkst ihn ab, Rockson. Wie macht er das? Du lenkst ihn ab, ich kill ihn. Das ist hier die Mission heute. Ist auf meinen Wurm drauf. Krieg ich den? Krieg ich den? Hä? Wie hat der mich denn jetzt gekillt? Ich bin gekillt! Das Spiel ist blöd. Das Spiel ist blöd. Mann, es reicht mir auch. Mann, mir reizt es auch. Das hat uns vor dem Video gewesen sein. Ich habe euch jetzt gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es so ist, check auf jeden Fall die beiden Videos aus. Und haut da rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!